hallo und ein herzliches willkommen hier auf dem kern zu arg aber aber rations seid gegrüßt schön dass ihr eingeschaltet habt ja ich würde heute ganz gerne mit euch spinos züchten ich habe ein ei schon in der tasche und hier kommt gleich noch das nächste raus hoffe ich mal 1,8 prozent dann kann ich in der zeit auf jeden fall schon mal unsere brut unsere brutstätte vorbereiten ich habe auch schon fackeln gemacht so da wäre keine klimaanlage haben muss ich das ganze jetzt natürlich ein bisschen anders machen mach ich immer noch die tapptaste hier so ein mist machen wir den mal nach hier den mal nach hier so so dann machen wir noch eine vor kopf hin so müssen wir uns ein bisschen holz holen ein kleines bisschen holz und dann teilen wir die erstmal halbieren 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 das sind vier dann machen wir die auch auf die hälfte halbieren so und dann füllen wir erstmal ein paar so fahren wir hier mit der hier an die kümmern halbieren hier so den mal da rein und dann schubsen wir unser kleines einmal da rein wie schaut es aus zu heiß nein nicht aufnehmen trottel so so wie es jetzt immer noch zu heiß ne sind denn schon wieder auf die machen wir die mittlere auch noch aus so testen wir noch mal immer noch zu heiß ich werde verrückt jetzt sagt mich hier ist definitiv die ganze zeit zu heiß dann ist aber mein fackeltrick ziemlich daneben würde ich sagen da jetzt brütet ok perfekt der brütet und der hier ist immer noch mal 1,9 prozent hallo was mit dir denn kaputt was stimmt mit dir nicht so jetzt geht besser gut dann gehen wir wieder zurück jetzt müssen wir unser ein uhr überwachen hier aber hast in drei minuten ist es soweit heißt ich würde dann natürlich haben wir noch fleisch oh ja wir haben noch sehr viel fleisch gut dann würde ich da nämlich schon mal fleisch rein nehmen dann können wir das dem kleinen dann gleich direkt füttern wir können auch ein bisschen futter gebrauchen so rennen wir wieder nach hier oh das ist so stressig so die zwei hatten wir und der kann dann wieder wann ähm madame in 16 stunden ok sollte ich vielleicht auch ein bisschen runterschrauben für das einzelspiel den kann ich aber auch mal ausmachen hier ne so eigentlich dann könnte ich mal eben die hier in den räucherofen schmeißen so so man kann das dadurch räuchern perfekt er ist fertig in zwei minuten hätte ich gar nicht so viele fackeln gebraucht ne 87% dann kann ich die fackeln die wir gemacht haben eigentlich dann in den schrank schmeißen ich habe gedacht wir brauchen mehr aber die kann ich auch mal da reintun zuck und der kommt da mit rein zuck und die fackeln da rüber so da ist unser zweites kleines ei die in dem in dem und du kommst mit mir so zwei fackeln haben wir da gebraucht das heißt ich mache da mal nur ich mache da auch mal nur wir haben kein holz muss ich da mal eben eine raus nehmen einmal holz raus und einmal holz rein so dann lassen wir die noch mal fallen zu heiß du willst mich doch du willst mich doch brütet ok wunderbar 50 sekunden noch ja mit zwei fackeln das ja ich glaube so wenig fackeln habe ich noch nie gebraucht für zwei ja so dann hoffen wir da was gutes rauskommt hier 32 sekunden noch na schon irgendwo ein kleiner sprung im ei ne alles noch im grünen bereich der kleine wackelt auch noch nicht jetzt gleich kommt er aus der schale geplatzt hoffentlich verbrennt er sich nicht direkt den puschel wenn er rauskommt so und jetzt jetzt los ja wunderbar wunderbar 226 ja hätte besser sein können ähm ähm optionen ne name nein zurückverhalten so ähm folgeabstand auf niedrigste so komm raus da verbrenn dir nicht den arsch komm raus komm raus komm raus du dopp komm mach doch kein quatsch so bleib mal hier stehen ne komm mal mit hier rüber nein ich will nicht spielen komm mit na hier jetzt kommst du dahinter nicht mehr raus kleiner beeil dich los komm oh ich hab gekackt so ist prima so ja genau so ist prima stopp 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 so und jetzt verhalten und 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 machen wir mal auf ey wir lassen mal auf niedrig so so 21 oh der frisst ja wie ein Scheunendrescher schon 7 prozent okay ist ziemlich doch ein bisschen vielleicht zu hoch auf 8 mal 8 so der kommt auch in 1 28 perfekt so was haben wir denn hier bekommen ein männchen in 226 okay die werte äh 34 34 29 40 in gesundheit ist schon mal ziemlich cool geschwindigkeit 37 ist auch ziemlich cool weißt du es 28 33 ja den hätten wir natürlich die werte hätte ich gerne 34 34 33 ja den 40er haben wir auf jeden Fall schon mal übertragen so jetzt stopfen wir den auch noch mal ordentlich voll hier so so komm immer rein damit alles rein was geht so guten Appetit mein kleiner ok ok der wächst ziemlich schnell ne naja ist ja nicht schlimm so 26 Sekunden noch oh da ist glaube ich schon guck mal da ist ein Sprung in der Schale der will jetzt schon raus komm streng dich an los streng dich an hier so 9 Sekunden noch ja jetzt kommt er gleich raus da 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 dreist schon immer mehr und jawoll so wunderbar und den machen wir aber direkt mal einmal auf niedrig so komm raus verbrenn dir nicht den Puschel los komm wunderbar dann stell dich mal neben deinem Brüderchen auf auch ein 226er ok jetzt haben wir zwei Level reingekriegt so so der dann auch schon mal dann kann ich den auch abpfeifen oh Gott ist der schon groß wie sieht es denn aus mit Essen er hat genug dann hole ich mal noch ein bisschen Fleisch für den anderen so stopfen wir die erstmal voll hier so wunderbar 21% das ist ja ein Träumchen so wie sieht es mit dir aus kriege ich bei dir noch ein bisschen was nachgeladen ja so und du der frisst mir die Haare vom Kopf so wie sind denn deine Werte kleiner 28 35 ok 32 27 ja der hat da müssen wir den müssten wir eigentlich noch was wissen du auch ein Männchen oh Gott Mist ich hab aber ein Pech nur Männchen eigentlich müsste ich was wissen du auch ein Männchen ok Weibsbildmangel Männchen so Futter haben wir eigentlich genug da kann ich dir kann ich jetzt mal ausmachen eben ne so schwupp da brät noch das Metall durch und hier wollte ich jetzt Schutzanzüge machen eigentlich ne ich schalte mal ein mal gucken ob wir alles haben für Schutzanzüge ähm Rüstung Gefahren was fehlt uns denn hier ach Ball aus Gas fehlt uns den müssen wir da drüben holen und Polymer ok Polymer ist jetzt nicht das Problem und die Bälle aus Gas sollten auch nicht das Problem sein eigentlich da haben wir schon so ein Gas haben wir den aufgestellt schon ich meine ja ich hatte jetzt wieder so lange Pause eigentlich oh Gott oh Gott oh Gott ich sehe ich ahne Schlimmes aber da haben wir auch schon mal Bälle aus Gas sehr schön wunderbar also ich hoffe nicht die Aufnahme ruckelt ich habe gerade irgendwie was ruckeln sehen hier also wenn ja verzeiht es mir ähm muss ich nochmal kontrollieren weil ich nochmal was umgestellt hatte ähm 7 days to die und ich glaube der hat dann hier die Einstellungen mit übernommen aber ich bin mir nicht 100% sicher kann auch sein dass ich mich gerade vorguckt habe wenn ich kontrolliere ist auf jeden Fall nochmal aber ich lade die Folge definitiv hoch weil wir ja die Jungen aufgezogen haben ups nein falsche so Polymer jetzt brauchen wir Polymer Polymer dann müssen wir ein paar Krebse töten so ihr zwei Racker du hast noch genug und du hast definitiv auch noch genug würde ich so sagen dann schnappe ich mir mal einen von den beiden Spinos hier und dann gehen wir mal eben ganz fix ein bisschen natürliches Polymer farm so wo sind denn hier meine Freunde meine Krakinos so wo sind denn hier meine Freunde meine Krakinos da ist einer da ist einer da ist einer so 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 und da haben wir schon mal 62 mal wir gehen mal auf die andere Seite oder wir gehen mal auf die andere Seite oder da sind auch die neue Krakinos wunderbar mach kein Scheiß komm ich will mich nicht töten müssen aber ich werde es tun definitiv so jetzt haben wir gleich genug Polymer so die nehmen wir uns auch noch mit da oder? würde ich sagen würde ich sagen das ist ein ziemlich hoher Krakinos glaube ich der linke ne doch nicht so gut das sollte erstmal reichen dann gehen wir erstmal wieder zurück zur Base so dann können wir Schutzanzüge machen und dann würde ich auch direkt sagen wir machen uns dann in der nächsten Folge eventuell auf Richtung rotem Gebiet da müssen wir mal gucken ich bräuchte noch Kletterhaken und und Gravelling Hooks dann könnten wir vielleicht auch mal nach den Rockdrake Iron gucken so wie sieht es denn bei euch aus Jungs? alles fit bei euch? Essen habt ihr noch genug? du auch? ja passt du bist jetzt bei 50% wundervoll so also schmeißen wir jetzt auch nochmal Polymer hier rein und jetzt sollten wir eigentlich Rüstung Gefahren 1 2 was fehlt uns jetzt? Fasern fehlen hundertprozentig ne? ich hole mal eben von drümen ein paar Fasern irgendwo hat man doch ganz viele hier haben wir auch noch Polymer hätte ich gar nicht so da Fasern so kristall fehlt uns kristall fehlt uns dann muss ich kristallfarm gehen wohl noch da ist nochmal kristall ist aber jetzt nicht genug ne? so rüstung so rüstung so jetzt sollten wir aber alle drei teilchen haben also für einmal ausrüstung haben wir jetzt auf jeden fall ne? super da muss ich jetzt nur noch kristall organisieren Hose, Schuhe ja da müssen wir jetzt noch eben einmal schnell kristall organisieren da kommen wir nicht drum rum da kommen wir nicht drum rum dann machen wir das mal eben schnell Na Avenger lass mich da durch so wo war denn der nächste kristallspot ich glaub hier hinter dem Berg war einer ne? wenn mich nie alles täuscht waren nicht hier kristalle? ne ey wo waren die jetzt nochmal? wo waren denn jetzt die doben kristalle nochmal? los komm streng dich an du kommst da hoch nein ich sagte du kommst da hoch nein du kommst nicht da hoch okay dann halt nicht drehen wir halt hier so so mal in die andere Richtung soo soo gut dann würde ich sagen hier waren auf jeden fall kristalle meine Spitzhack ist auch noch in Ordnung ok wunderbar da hinten waren nämlich kristalle meine ich da wollte ich doch sagen da links sind doch kristalle so 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 na jetzt kommen hier nur grüne raus komm mach keinen kack also zwei schutzausrüstung hätte ich schon gerne damit wir uns ein bisschen länger da unten aufhalten können mal eine eine für raus und rein und eine zum zum eier klauen eigentlich ne so mal gucken ob wir hier noch ok der ist der ist voll ich muss erstmal zurück zur base sonst macht er gleich keinen meter mehr hier so und dann würde ich sagen mache ich bei dem hier auch mal direkt 26 level denn dem knallen wir jetzt erstmal gesundheit rein so so und dann knallen wir den nachgangsschaden rein so ja ein bisschen blutig jetzt aber alles gut das heilt wieder so so die könnte ich jetzt natürlich auch mitnehmen hier ne und mal durchbraten so ja machen wir mal hallo Jungs 62 wie sieht es aus mit essen ja das sollte funktionieren so 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 dann mal eben einmal einschalten hier und dann den krams hier rein so du kriegst jetzt noch kristalle so zack dann müssen wir noch ein paar holen gehen kommen wir auch nicht drum rum dann machen wir aber auch nur diese folge schnell würde ich sagen komm spinolino ich weiß dir geht es nicht ganz so gut aber da musste jetzt durch mein kleiner ist hier oben nicht auch kristall gewesen ich bin ich weiß es nicht mehr so genau ich weiß es nicht mehr so genau Mensch ich soll mal eben gucken die aufnahme also jetzt im augenblick ruckelt nix hier bei mir aber wie gesagt auch dich fresse ich mal weg hier so oh hinten in unserer anderen ecke eben kristall suchen so ne alles alles gleich ist alles gut nix ich sehe hier nix ruckeln ich hoffe es hat nicht geruckelt dann kriege ich gleich wieder direkten mecker von euch oh raptor der brauchst gar nicht weglaufen richtig so ich glaub die grünen lass ich jetzt mal da ich nehm nur kristalle mit hat und und hat Jetzt muss ich ihn mal eben abwerfen hier. 76 ist jetzt auch nicht die Welt, aber ich glaube, wenn wir das abgeerntet haben, dann haben wir genug Kristalle für die zweite Schutzausrüstung. Und mal eben gucken hier. Raus mit dir, raus mit dir, raus mit dir, raus mit dir. Ja, 122, das sieht schon ganz gut aus. Ich weiß zwar jetzt auch nicht mehr genau, wie viel wir brauchten für die komplette Ausrüstung, aber wir nehmen mal so viel wie möglich mit. Das sieht ganz gut aus jetzt, ne? 173. Gucken wir mal, ob wir die noch mitkriegen. Das wäre natürlich prima. Jetzt schon wieder überladen. 214. Ich muss mal einmal auf meinen Spino hier. Ja, der ist schon voll. So ein Triet. So ein Triet. Guck, kann ich dem noch ein bisschen mal den Gewicht geben? Ein Level im Gewicht. Vielleicht wird er da ein bisschen schneller. Naja, das geht. Gut, liebe Leute, ich werde zurück zur Base. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns die Schutzausrüstung ausherstellen und uns noch Fügelchen machen und uns Grabbinghooks machen und Kletterhaken machen. Und dann uns auf den Weg begeben ins rote Gebiet. Liebe Leute, herzlichen Dank an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag, schönen Abend und einen schönen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt, bleibt mir gewogen. Euer Dexter. Bye, bye. Bye.